So, es geht weiter mit Tomb Raider 2. Wir haben schon ein Secret und wir haben einen Schlüssel, was uns beides ziemlich hilft. Und vor allem haben wir einen Unterbrecher, was es auch ziemlich hilft, denn wir brauchen ja drei Stück davon und einen haben wir schon. So, jetzt würde ich mal schauen, ob hier der Schlüssel passt. Eigentlich müsste er passen. Und ich habe nachgeschlagen, wo das zweite Secret ist, das aber nur ein ganzes Stückchen entfernt. Das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe mal, ich finde das auch. So, hier müssen wir jetzt... Okay, wo hat sich gerade was geöffnet? Ach, da. Okay, nur ein Schläger. Das fände ich in Ordnung. Die hatten, glaube ich, bei Tomb Raider Girl so einen Namen, diese Typen mit den Schusswaffen. Irgendwie Barrikadass oder wie. Für mich sind sie alles böse, Jungs. Jetzt können wir nämlich da lang. Ich muss sagen, das sieht schon sehr beeindruckend aus dem Level. Das fand ich damals auch. Und vor allem, es ist... Es ist beklemmend ruhig, muss ich sagen, hier. In diesem Level. Naja, kein Wunder. Ich meine, so ein Schiffswrack ist ja auch... Totenstill. Das einzige Geräusch ist draußen das Meer. Beziehungsweise die See. Ansonsten ist hier nicht viel mit Geräuschen. Das haben die schon gut umgesetzt. So. Diese Tür ist jetzt hier offen. Ich mich gerade durch den Sinne führt die zu einem ziemlich hohen Raum, oder? Führt mich dahin, wo das zweite Secret ist? Aber... Ja. Zweites Secret ist richtig. Es muss hier irgendwo sein. Ach so, ja. Na klar, passt das da nicht rein. So, was haben wir hier? Einmal einen leeren Raum. Quasi gar nichts drin. Obwohl es eigentlich gar nicht stimmen kann. Gut, der Raum erscheint mir leer. Gehen wir zum nächsten Raum. Irgendwo muss es ja weitergehen. Okay, das sieht schon eher nach was aus. Jetzt kommen wir erstmal nicht mehr hoch. Ja, hier muss ich irgendwas verschieben. Und was natürlich? Ein Block. Okay. Okay. Ich finde, die Rätsel sind ziemlich gut durch Schaue. Wenn man so genau drüber nachdenkt. Ja gut, das war jetzt... Das war ein Fehler. Das habe ich gerade noch gut durch Schaubauen. Was mache ich? Mach es natürlich falsch. Dann lasst uns dies verschieben. Jetzt kann ich mich den Schalter betätigen. Ich glaube, man kann hier hinten noch... Nee, kann man nicht rum. Achso. Moment. Ja, war richtig. Die Treppe. Und pur. Und ich glaube, ich entsinne mich gerade, wo sich das Secret befindet. Hier glaube ich war es nicht. Es hatte was mit Fässern zu tun. Ja, der hat da gepennt, irgendwie. Keine Ahnung. Tja, ja. Schlaf beim Dienstträunchen. Und ein rostiger Schlüssel. Ich finde, so gewaltig groß ist dieses Spiel nicht. Ich kann schon mal sagen, dass wir jetzt ca. bei 50% sind. Fast. Oder eher gesagt, wir sind bald bei 50%. Und ja, ich komme ganz gut voran. Aber es werden noch einige schöner Level kommen. Und manches davon wird richtig knifflig werden. Aber naja, da sind wir noch nicht. So. Eine weitere Schieberätsel. Riebendfalze einfach. Riebendfalze einfach. So. So. Perfekt. Genau so wollte ich es nämlich haben. Jetzt können wir nämlich die Kiste hier rausziehen. Bis zum letzten Punkt. Und können den Gang empor, der da endlich befindet. So. So. Dich kann ich so verschieben. Dann kann ich nämlich auch da durch. Zu meiner Rechten. Okay, ich glaube, wir nähern uns langsam dem Fässerraum. Ich werde hier mal kurz speichern. So. Wenn man jetzt nämlich hier hoch geht, wo die Fässer sind. Okay, machen wir glaube ich zum Secret. Das war knapp. Das habe ich jetzt. Da habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Oh, da habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Stimmt. Da waren ja noch Fässer drin. Das habe ich jetzt gerade noch so gesehen. Lasst mal kurz schauen. Secret 3. Secret 3. Okay. Das ist noch weiter entfernt. Das ist noch weiter entfernt. Und Secret 3 ist glaube ich am schwierigsten zu erreichen. Okay. 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 Trick 7. Okay. Dort unten ist Wasser. Da oben kann ich hin. Hast du was Schönes bei dir? Was ich gebrauchen kann? Nein, hast du nicht Also schon mal Danke für gar nichts Es soll ein Rettungsboot darstellen Da kommt man jetzt so nicht durch Da drüben ist ein Schalter an der Wand Den müssen wir betätigen So, mal gucken, woran uns das jetzt hinführt Auf jeden Fall muss das Wasser weg Okay, das hat jetzt irgendwas geöffnet Diese Bodenplatte Was jetzt zwar eigentlich gar keinen Sinn ergibt Aber Naja Ich hinterfrage Nicht Den Sinn Hinter Tomb Raider Und ich glaube Es war eine andere Tür Die sich dann Geöffnet hat War also nicht die Tür Ach stimmt, es war die da oben Ja gut, ich wollte mal schauen, was es da Zu holen gibt Und lache Na Schaff ich doch niemals Okay Okay, gerade noch so So Oder war da was gewesen? Ähm Lass mal schauen Nein Nichts wirklich wichtiges Okay, aber wie komme ich denn da oben ran? Ah Moment Ich weiß glaube ich Genau, nämlich so Darauf muss man auch erst mal kommen Darauf muss man auch erst mal kommen Diese Falle zu deaktivieren Okay, wo rennt ihr jetzt rum? Wie die Menschen nochmal voll aus dem Atem sind Ach, wartet mal Ich glaube jetzt müssen wir hier oben lang Genau, jetzt nehme ich hier auch die Tür offen Und wir können hier weiter Haha Du hast Pech gehabt Ich entsende mich an diesen Raum Der hat mir damals schon nicht gerade gefallen Denn in der Mitte Kann man ganz leicht sterben Wenn man nicht aufpasst Wenn man da 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 nicht aufpasst So Ich muss irgendwo hin zu einer Bodenluke öffnen Achso, stimmt hier Ich glaube auch dieser Schalter war zeitbasiert Deswegen muss ich mich ein bisschen weilen Hier, die wieder zugeht Man, wo ist das jetzt? Achso, Moment Und da Okay Ähm Das war jetzt Eigentlich nicht ganz so geplant Und ich glaube ich habe mich gerade Habe ich mich gerade irgendwie noch dahin geglitscht? Ich habe so das Gefühl Ich habe mich da irgendwie gerade noch Ähm Ja, lang geglitscht Frag mich nicht wie Aber wir haben zwei Unterbrecher Ihr habt noch Ah, ihr habt schöne Sachen bei Das gefällt mir Zwei Unterbrecher Das ist eine gute Ausbeute Ich glaube der letzte ist am schwierigsten zu holen Und das Level ist groß Ich habe gerade gesehen Jetzt ist das Wasser da weg Ich frage mich immer noch Wie das funktionieren soll Ach ja, Lara Auch mit dir So Jetzt gehen wir zurück zum Boot Lass uns dann da runter Und gehen durch die Tür So einfach ist das Und das ist auch wieder so ein Raum Wo man ein bisschen Energie verliert Wenn man sich fallen lässt Aber wir haben genug Medi-Packs Dass wir uns da locker wieder durchheilen können So Wohin führt uns das jetzt Da Sind Schalter Beziehungsweise da ist ein Schalter Der macht nebenan was auf Folgen wir mal der Spur Na, wartet mal Hier ist nämlich auch noch was Ich glaube da geht es wieder raus Ich glaube da geht es wieder raus Deswegen nehme ich erst mal den hier Wo wir auch schon gleich von Gegnern erwartet wurden Hier sind zwei solche Räume Da ist noch ein Unterbrecher Wenn ich den kriegen könnte Hätte ich natürlich drei Das ist nicht mehr relevant für mich Ah, Moment mal Verstehe Dann würde ich sagen Holen wir uns mal den dritten Unterbrecher Womit wir dann quasi drei Stück hätten Perfekt Sonst ist hier nichts mehr Sonst ist hier nichts mehr Und von dort aus Starten wir dann beim nächsten Part Zum zweiten Abschnitt des Levels Denn wir sind noch nicht ganz fertig hier Es gibt noch ein bisschen was zu tun Für uns Es gibt noch ein bisschen was zu tun für uns Noch Gegner Nein Gut Leute Ich würde sagen Das war es von TomPrayer2 Bis zum nächsten Mal Ciao